Ich hasse Kinderkatzen. Ja. Oh, jetzt kriegen wir Dislikes. Jedenfalls geht es um den langen Abend 2016, der morgen stattfinden wird. Und wir wollen euch nochmal recht herzlich einladen. Denn wir haben bestimmte Dinge vorbereitet. Und wir haben sogar vorbereitet eine Liste, was wir sagen wollen, auf einem Handy. Es gibt zum Beispiel morgen wahrscheinlich einen Livestream. Vielleicht sogar schon vom Aufbau an. Also guckt auf meinen Kanal, der Fetti. Wenn ihr das Video seht, habt ihr sowieso den Kanal. Was gibt es noch? Es wird eine Tombola geben, wo wir für einen guten Zweck Geld sammeln wollen. Es wird zwei verschiedene Bars geben mit guten Cocktails. Ein buntes Programm. Eine Candy Bar Bluts geben. Es wird Essen geben. Und wenn ihr nicht wisst, wo, dann wisst ihr es jetzt. Karl-Heinestraße 8 in Leipzig. Ich verlinke euch das alles nochmal. Da ist der Trailer. Da ist der andere Trailer. Da ist die Veranstaltung. Und hier kommen noch ein paar Impressionen von den Tagen, wo wir schon ein bisschen was eingekauft haben. Gebastelt haben, gemacht haben. Und hier müssen sie dann auch noch weitermachen. Genau. Genau. Ihr seht jetzt, was wir für euch vorbereitet haben. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und wir sehen uns morgen. Und sonst so? Hm. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und wir sehen uns beim nächsten Mal. Die Leute sind hier echt super fleißig. Was mache ich? Ich spiele jetzt gleich. Lieber Kicker. Ich baue jetzt Zustand drauf, dass es lieber Zustand ist. Ja, was? Ja, was? Ja, was? Ja, was? Ja, was? Wir sind hier live gerade am Metro und versuchen einzukaufen. Und das Wichtigste ist, wir haben zwei Listen, drei Teams. Ach, das kriegen wir hin, oder? Wir sind hier in der Metro und eigentlich darf man hier gerade nicht filmen, deshalb filmen wir einfach weiter. Wir sind hier in der Mitte. Wir sind hier in der Mitte. Bis zum nächsten Mal.